Alexandra Popp durfte Regenbogenbinden nicht tragen. Bei ihrem Deutscher Fußball-Bundabschiedsspiel wollte Alexandra Popp so gut wie mit der Regenbogenbinden-Verband an dem Arm auflaufen. Das wurde ihr aber von der Schiedsrichterin untersagt. Auf Anleitung der Schiedsrichterin hin hat Alexandra Popp in ihrem letzten Länderspiel jene Kapitän-Innen-Binden-Verband knapp vor Spielbeginn ersetzen müssen. Nachdem Popp jene deutschen Fußballerinnen bei dem 1 zu 2 gegen Australien zunächst mit der Regenbogenbinden-Verband auf das Kampfplatz geführt hatte, nahm diese und jene sie hinter einem Anhaltspunkt der unparteiischen Maria Morata aus Italien nochmal ab und streifte sich stattdessen eine Binden-Verband in Deutschlandfarben weiterführend den Arm. Marata berief sich hinter deutsche Presseagentur Informationen auf Regeln des Weltverbands FIFA, worauf jene Kapitän-Innen-Binden-Verband entweder eine dominante Farbe haben oder in den Landesfarben getragen werden müsse. Zwar kann zwischen Freundschaftsspielen der Ausricht in der Abteilung entscheiden, welche Kapitän-Innen-Abziehen zu unterstützen sind. Marata handelte gereinigt regeltechnisch richtig. Allerdings hatte der Deutsche Fußballbund dasjenige Australien-Glücksspiel zwischen der FIFA angemeldet, hierdurch das sogar für jene Weltrangliste gewertet wird. Entsprechend werden solche Freundschaftsspiele sogar hinter den geltenden FIFA-Regeln ausgetragen, teilte der Deutsche Fußballbund mit. Bei Freundschaftsspielen ist es nicht üblich, sich jene Kapitänsbinde aktivieren zu lassen. Beim 4 zu 3 in England durfte Julia Quinn jene Regenbogen-Binden-Verband unterstützen. Klar wäre es stilvoll gewesen, so wie ich jene Binden-Verband hätte unterstützen können, sagte Pop hinterher weiterführend jene Regenbogen-Binden-Verband. Ich verstehe für ein gewisses Zeichen des Deutscher Fußballbund-Teams, für ein klares Statement. Auch ihr war es ein Rätsel, warum wir diese und jene gewechselt haben. Sie sei aber sogar mit Lust und Liebe mit der Deutschland-Binden-Verband aufgrund dessen den Arm in ihr 145 Länderspiel gegangen.